Freunde, es ist soweit, Fortnite Season 4 ist jetzt ja gestartet und heute geht die Rank-Serie los. Gemeinsam mit Standard-Skill werden wir diese Season wieder versuchen, Road to Unreal zu grinden. Wenn euch dieses Format gefällt, dann sag ich dir jetzt schon mal einen kostenlosen Daumen nach oben da, abonniere mich an meinen Kanal, Leute. Und schreibt gerne mal jetzt in den Kommentaren, was sind ihr für einen Rang in der neuen Fortnite-Season bereits seid. So, bist du ready, Stani? Ich bin bereit, Dave. Denkst du, wir schaffen diese Season wieder Unreal? Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall. Wir sind zwei Zero-Bild-Pros, wir haben ein gutes Aim am Start. Also wir machen auf jeden Fall Null-Bauen zuerst und dann Bauen. Denkst du, Bauen schaffen wir auch? Boah, also ich denke mal, Bauen wird das Schwierige auf jeden Fall. Aber ey, Real Talk, wir schaffen das. Aber warst du letztes Season auch Unreal gewesen? Ich glaube nicht, oder? Nee, letztes Season war ich nicht Unreal gewesen. Aber ja, Bro, lass dich überreden. Letztes Season habe ich nicht so viel gespielt. Dieses Season bin ich dafür umso mehr back. Bro, wo landen wir eigentlich? Sag dir ehrlich, Dave, unser Main-Spot war ja Reckless Railways gewesen. Ich wollte ganz sagen, Reckless war eigentlich immer alle guten Dinge, ne? Ich hätte Bock, doch. Ich hätte Bock, weiter in Reckless durchzuziehen. Ich sage auch, Reckless, Leute, das war immer unser Top-Spot gewesen. Jedes Mal, wenn wir da gelandet sind, haben wir auf jeden Fall die Runde gewonnen. Und ich sage dir auch ehrlich, wenn wir jetzt die erste Runde nicht gewinnen werden, ich werde Fortnite löschen. Ich werde Fortnite wirklich löschen, Dave. Okay, das ist schon mal eine Ansage. Wir müssen die erste Runde gewinnen. Ansonsten wird es echt peinlich. Wir sind hier gerade irgendwie wahrscheinlich mit irgendwelchen Moops in der Lobby. Guck mal hier, was der hier macht. Der macht irgendwelche Hack-Mack hier. Und deswegen ab nach Reckless Railways. Ich bin mal sehr gespannt, in welchem Rang wir eingerankt werden. Ich denke mal so realistisch sind irgendwie Gold. Vielleicht so Gold 2, Gold 3. Also was wäre jetzt ein guter Rank, den wir uns holen könnten direkt in der ersten Runde? Also ich glaube, das Maximum ist Platin 1. Das ist quasi der schlechteste Platin. Boah, Platin 1 wäre geil, sag ich dir ehrlich. Platin 1 wäre direkt geil eigentlich, wenn wir das durchballern könnten. Oh Gott, okay, es kommen auf jeden Fall welche mit. Oh mein Gott, der Top-Drop, der Top-Drop hier. Top-Drop, nee, eigentlich Müll-Drop. Lass links dann, aber. Ich würde vielleicht Automat erstmal durchstehen. Automat. Ja, okay, passt. Ich glaube, Automat ist erstmal die gute Wahl. Wir haben genau den selben Drop gehabt, ne? Wir hatten echt Top-Drop hier. Also wir hatten vier Automat auf jeden Fall. Nimm dir auch mal schnell zwei Dinger raus, zwei Biggies. Ja, ab schon einen, so. Nein, oh Gott, Leute, das war so schlecht. Aber du, ich sag lieber nicht, was ich gerade gemacht habe. Hast du gerade den Biggie abgebrochen, oder? Ja, ich wollte gerade wechseln auf die Mini und dann weiß, wenn er eine Sekunde zu lang ist, dann ist es schon ein Problem. So, alles gut hier. Nee, 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 alles gut, alles gut. Hab nur kurz, dann haben wir die Drone. Ey, hier ist einer mit, über uns ist einer mit Jetpack. Stimmt, ne? Müssen wir ein bisschen auffassen. Ja, er ist da, er ist da, er ist da, er ist da. Er würde wahrscheinlich gleich runterkommen. Jetpack ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Hast du eine Waffe? Äh, ja, ich hab Sturmgewehr. Ich hab eigentlich alles. Pumpgun, Sturmgewehr, SMG. Bro, willst du hier rauf? Hier ist ein Solo, ne? Ja, lass rauf, holst du. Komm, lass da einfach jumpen. Wo ist denn? Einer will. Dead. Ja. Okay, Bro. Rohrmaschine hier, weg mit dem. Zack. Bro, das war sogar Platin gewesen. Was? Lol. Platin? Crazy, Bro. Wir sind unranked, beide. Und haben auch schon instant die Platin-Gegner am Start. Okay, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil wenn wir jetzt natürlich einige gute gerankte Leute fertig machen, dann werden wir direkt Platin reingehen. Das wäre sehr, sehr krass. Boah, das wäre wirklich spick, Leute. Ich schieße kurz noch Drohnen ab. Ich glaube sogar, der war hier gewesen, der Gegner, in dem Haus. Ey, irgendwelche Leute meinten zu mir, dass jetzt die Meta, äh, Rot, äh, dass die, dass hier, sag doch mal schnell, thermal, wie sie die Meta ist. Kann das sein? Boah, ich sag, also, mit dem er in der letzten Season auf jeden Fall. Da drüben, ich hab ihn, hab ihn. Hier ist er. Hit, 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 hit. Okay, Bro, er haut ab, er haut ab. Ja, ist einer P, ist einer P, er haut ab. Schwimmt er weg? Ja, ja, schwimmt weg. Ah, ja, okay, okay. Let's go, so. Dave Nile! Juhu! Ja, bis den Kill geklaut. Was klauen wir? Meine Kills! Bisschen Kill geklaut, aber, ey, Bro, wir sind ein Team. Wir machen noch die Gleichgewicht los. Ja, wir sind ein Team, Leute, von daher geht's schon. Ah, ich schuze, welcher Rank war der gewesen? Äh, der war Gold 2, oder Gold 3, ich weiß gar nicht genau, was das war. Ja, war wahrscheinlich ein Team, also, der eine war Party, und der eine Dings, Gold. Aber ist schon mal ein gutes Zeichen, Bro, weil, ich sag echt, wenn die jetzt Frosty gewesen sind, oder so, ne, ey, das hat uns nichts gebracht. Okay, ich würd sagen, wir können eigentlich auch direkt los, oder? Ja, also, Doomstein ist eine Medaille. Bro, Carsten, Doom, wärst sogar noch eine Medaille da. Ja, lass holen, komm. Weil die Medaille ist ganz gut, die gibt ja eh, äh, Leben auch dazu. Ja, äh, Leben, Bro, Kill ist, glaub ich, schon mal ganz stark. Nämlich das ist immer das große Problem, besonders bei No-Bild, finde ich, wenn du da wirklich einmal zu, äh, ein Fehler, zu offensiv, bist du direkt raus. Aber wir wollen uns einmal Loot-Shop, wir müssen auch... Ey, Audo, hier, Audo, hier, Klaus und da uns. Das ist ein Hühner-Skin, Bro, das ist so ein Hühner-Skin. Ja, wollen wir Loot-Shop erstmal mitnehmen? Ja, ich weiß nicht, ob das... Ja, äh, können wir kurz machen. Ja, das Loot-Shop mitnehmen, oder? Oh, 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 oh. Da, 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 da. Pass auf, pass auf. Wo sind die, wo sind die? Äh, hinterm Berg, Klaus. Ich gehe mal hier auf High, ich gehe mal hier auf High. Warte, 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 ich bin hier. Oh, die sind in den Dings. Ja, ich war schüppelasse, ich war schüppelasse. Einer ist Dings, einer ist One, er ist down. Noch ein zweites Team, Bro, noch ein drittes Team. Oh, 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 oh. Einer ist down von denen, einer ist down von denen. Der andere ist eben im Bunker noch drin, ne? Eine bust mich, Bro. Die fighten gerade, die fighten gerade alle. Äh, eine bust mich. Is Craig? Warte, ich komm rein, ich komm rein. Eine will death, hab ihn. War auch Platin. Der eine ist One, der im Bunker ist One. Okay, ich komm zu dir, ich komm zu dir. In my way, ich hab leider keinen Shackback, ich kann nicht fliegen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, geile Show. Ich weiß gar nicht, welche Dings das war. Also, der war, glaub ich, Gold oder so. Das war auch nicht. Uh. Was sagst du dazu? Boah. Ja, ist die gut? Ja, die ist stark, Bro, aber ich sag den Real Talk, diese Doppel-SMG. Die ist, äh, overpowered auf Nahkampf. Die ist wirklich overpowered? Ja, ja. Komm mal da hinten. Da könnten wir eigentlich direkt hin und die Kollegen mal holen, da. Ich, äh, mach noch kurz Fizz für dich. Ah, danke, danke, danke. Sehr gut. Sag. Ja, komm, lass das Auto fahren, lieber. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir... Ja, ich hab leider keinen Shackback, ne? Ich bin leider nicht so schnell. Ja, wir gehen, ich sag, ey, wir müssen eigentlich auch direkt auf Kills geben. Wir gehen jetzt rein und wir Leute sehen, weil ich merk gerade, wir, wir sind back, Bro. Wir sind back. Wir waren nie weg gewesen. Ach so, wir wollten ja eigentlich in der Doomstadt gehen. Ja, aber die Medaille wurde eh schon eingesammelt. Ja, okay, gut. Warte, warte mal, aufs, äh, auf dem Zug könnten welche sein. Stimmt, ja. Lass mal ein bisschen abfangen. Ich nimm mal dieses Shield jetzt so mit. Es gibt ein America-Shield. Ja, 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 ist nämlich, ja. Ist das gut, oder was? Boah, das ist schon strong, ja. Einer hat Hit. 50, 50, beide 50. Einer ist runter, Bro. Einer hat ab, einer hat ab. Ich geh runter, ich geh runter, ich geh runter. Beide hauen ab. Ja, der war super laut, Bro. Der war super laut. Sound, sound. So, mate, ist hinter dem Berg hier. Von links auch noch ein neues Team. Ja, ich seh, ich seh's. Ja, hört ab, Bro. Hier vorne, hier vorne. Ja, war der, war der gut geworden? Ich glaub, der war geworden. Ja, ich hier, Bro. Ich war zu gut. Der ist krank. 50. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss zurück, ich muss zurück. Er ist krank, Bro. Ich war auf dem Munker hin. Ich glaub, der pusht, der pusht. Nee, hier ist ein Bot, Bot, Bot. Hier, glaub, okay, hier sind beide Clots und Downs, Bro. Pass auf. Einer ist down, einer ist down. Einer 55. 80. Einer B. Kili, kili, kili. Abbie, abbie, abbie. Abbie, abbie, abbie. Komm mal rein. Aber auch wieder Platin und so, ist crazy. Also ich sag, schau mal, jetzt 8 Kills, Top 19. Wir sind schon mindestens Gold 1. Mindestens, sag ich. Oh, okay, das ist doch sehr gut. Hier, 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 hier. Kommt hier, kommt hier, kommt hier. Hier ist einer. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich bin bei ihm. Ja, das ist der Solo, das ist der Solo. Hit. Ist down, ist down, ist down, ist down, ist down, ist down. Auch Gold. Gold 2, glaub ich, war das gewesen. Sagst du, die ist besser als Schrotfind, oder was? Boah, eigentlich beides, sag ich, beides. Bin noch ein bisschen unentschlossen. Jetzt auf Naga wirst du schon super stark, diese Doppel-SNG. Oh, hier, 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 hier. Ich geh auf high, ich geh auf high. Ja, ich komm zu dir. Die gehen in den Bunker rein, Bro, lass die abfangen. Ja, okay, pass, komm. Oh, so ein Teil Bananenskins? Nein. Bro, die haben sich verirrt, glaub ich. Glaubt ihr mir, äh... Okay, lass die schön abfangen, Bro, wenn die gleich aus dem Bunker kommen. Einfach schön weglasern. So, wenn wir die einfach einschmeißen mit dem Bunker unten? Oh. Ja, mach mal, ich warte hier. Das ist einfach jetzt schön. Okay, warte mal. Jetzt drück 17. Ich tue es, also würde ich fighten. Okay, hier? Ja, geil, geil, geil. Stark, 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 stark. Kommen die, kommen die? Nee, nee, die kommen noch nicht. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ja, die rennen da schon nervös rum, Bro. Deine Ewigkeit später. Bro, die kommen nicht raus aus ihrem Nest. Ey, Bro, die Bananen. Die kommen, die kommen, warte mal, die kommen, glaub ich. Die kommen, glaub ich. Wollen wir aufschießen? Ja, komm. Drei, zwei, eins, go. Oh, der ist automatisch geschickt. Oh, einer ist gut jetzt, einer ist gut jetzt, Bro. Einer ist gut jetzt, Bro. Einer ist cracked. Ach, Bro, also die spielen ja so eklig. Also, Jungs, so wird das mit Unreal nichts, sag ich euch jetzt schon. Warte, schaut jetzt an, Bro. Eine Pikmin Schild. Bro, wir können eigentlich rein, wir können rein. Einer ist down, rein, 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 rein. Ja, komm, 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 komm. Easy, 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 easy. Ja, Bro, der Beste, Digga, der Beste, Mann. Also, bis Start, muss ich sagen, eigentlich eine gute, lockere Runde hier. Ja, läuft sehr gut. Elf Kills schon mal am Start. Und war ja jetzt noch nie so, so wirklich eng gewesen. Also, war jetzt eher so chillig gewesen, muss man auch sagen. Ja, wir können mal sonst kurz Richtung, äh, Insel oder so fliegen. Ja, ja, safe, muss ich sagen. Das Insel. Die Rifts da, aber ich glaube, die falten sogar in der Insel gerade. So, jetzt schauen wir mal, wo ein Rift ist. Äh, der ist ja falsch angestommen, deine. Ist doch einer, der geht wieder rauf nach oben. Ja, ich nehme Rift, ich nehme Rift, ich nehme Rift. So, einmal ins Rift rein. Zack, ich bin drinnen. Sind auf der Insel oben. Ja, ich komm auch um. Der eine mit Jetpack, ist auf, sag da. Pass auf, der geht auch nicht, der geht auch nicht. Ja, ich jumpere kurz, ich hab 100 Chill verloren. Einer hat 50er Crack. Der geht runter, Bro, der geht runter. Der Maid ist aber noch hier, ne? Er ist cracked, er ist cracked. Beide waren cracked, beide waren cracked. Aber er wird wahrscheinlich nachgeladen, äh, wiederbelebt. Ich gehe auch hoch. Laufen beide hier rein. Hier ist einer, äh, äh, warte ich, warte ich, warte ich. Lass dich rein, lass dich rein. 35, ich glaube, einfach mal. Stark. Oh Gott, er hat sogar Elite-Agentin. OG, er ist down, er ist down, einer ist down. Perfekt. Lass rein, am besten, lass rein. Hier ist der Maid. Echt, sag ich. Ah, wir da unten, der studiert auf der Treppe. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Easy, der hat auch hier. Plant ihn wieder. Okay, Bro, ich hab zwei Mad-Kills. Ich glaube, wir müssen aber zur Zone gehen, weil es sind gleich zwei Erticks, ne? Ich hab auch zwei Mad-Kills, alles gut. Ich hab auch zwei. Okay, alles entspannt, perfekt. Geil, Mann, ey, aber 13 Kills, es läuft babamäßig, als wirklich, als hätten wir schon immer zusammen Fortnite gespielt. Als wären wir nie, unter mir, unter mir, unter mir. Ja, ich komm. Ja, irgendwo vor uns muss die sein. Ja, ich springe gerade am Jumper noch, ich fliege gerade über dir. Ob das, ist denn hier bei dem Haus oder so? Ja, ja, hier, steck's nicht ein, ja. Das ist so ein Pandoraum, das geht hier bei dir. Oh, ja, okay, okay, der muss auch gesehen. Cracked, cracked, Bro muss rein, muss rein. Ah, okay, okay. Ey, ist der Weg jetzt hier noch links bei dem Baum? Ja, beide cracked, beide cracked, Bro. Wieder cracked auf den einen. Oh, mein, eben mit der Auge, ich muss auch noch ein bisschen warm werden mit der Auge. Ah, das haben die ab. Cracked nochmal? Ich wollte gerade sagen, wieder cracked, ja. Das Ding ist, ich hab kein Blue Life mehr, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen gerade. Hast du noch Blue Life? Leider auch nicht, ne. Ich riebe auch nicht mehr viele Gegner, sondern noch fünf Stück. Boah, ich sag ehrlich, ich riech schon den Gold-Up-Rank. Oh, äh, hier, wir müssen den Steps irgendwo. Ja, Bro, ich bin gerade nicht bei dir, ich bin gerade nicht bei dir. Ja, 160, die, ja gut, die laufen weg. 90 insgesamt. Bro, die einen haben da halt richtige God-Pose, da oben, das ist halt das Ding. Gefliegt jemand, Bro, gefliegt jemand, bei dir. Oh, hier, close. 35, 35, 35, 35. 34. Der ist da oben, eigentlich müssen wir pushen, wir müssen pushen. 34 nochmal. Er ist cracked, er ist cracked. Ja, er ist ja reingelaufen. Easy, easy. Ey, Bro, der war auch Elito oder sowas gewesen, glaube ich. Ja, ich hab ein bisschen aus dem Bunker hier rausgekommen. So geil, Leute. Die sind aus dem Bunker. Ich hab auch noch. Ne, ne, die sind da noch, die sind da noch. Hits, 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 einer ist cracked. 35, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er schießt auf, schießt auf, schießt auf. Einer hat auch noch Hit. Der haut ab, der haut ab, der haut ab. Der Baum haut ab. Ey, crack auf den nochmal. Ich geh direkt hinterher. Ja, ich geh kurz auf den Finish. Ist cracked, Baum ist cracked. Ab ihn. Okay, vor mir letztes Du, glaube ich. Ja, hier, 53. Wir haben, wir haben ohne Schildblase. Ja, ja, easy win, Bro, easy win. Er trifft nochmal, 31. Easy win, Bro, easy win. Wir können gar nichts tun. Und wir haben keine Bunker, wir haben nichts. Ja, und ich koche, wir haben eine Seilung mehr. Ich kenne gar nicht, wo ich bin. Ey, ja, schau mal. Bro, die tanzen auch noch. Eww. Wow. Junge. Was war das für eine First-Round, Leute? Also, das ist ja, das ist ja, Unreal wird ja ein Spaziergang werden, Dave Knight. Und wir sind... 18 Eliminierungen. Gold 3. Gold, hä, ist heftig. Eins verplant, Bro, das ist fast Maximum. Okay, wir sind jetzt Gold 3 mit 40%. Bist du auch bei 40%? Nein, ich bin bei... Warte, müsste eigentlich auch 40% sein. Ja, auch 40%. Genau dasselbe. Aber Ranked-Bock bis jetzt auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, Stanni, geht's wieder ab nach Reckless, oder? Lass einfach immer wirklich so Dings. Wir gehen direkt erstmal Automat, holen uns die Getränke. Und dann gehen wir auf die Gegner, weißt du? Naja, ich glaube, da sind wir früher einfach ein Lebensvorteil direkt am Start. Reckless, unser zweites Zuhause mittlerweile. Kommt mindestens viele mit, ne? Ich glaube, mindestens viele, Leute. So, ich hole noch Instance, zwei Biggies. Oh, ich habe noch keine Waffe. Hier ist eine Waffe, okay, sehr gut. Leider gibt es hier keinen Botman, der geil ist für das Schlimmgewehr verkauft. Ja, stimmt, da war ja immer Poseidon, wie der hieß, er. Ja, Mr. Gliberman. Ey, lass den in den Keller gehen, weißt du, in das Kellerhaus. Ja, ja, okay, okay, okay. So, ich glaube, hier fighten sogar welche, ne? Ja, hier, hier, hier sind welche, hier sind welche. Zwei Leute hier, zwei Leute hier. Äh, okay, drei sogar, drei. Bist du, ja, ich, äh... Bro, komm mal unten rein, komm mal unten rein, wo bist du, Bro, wo bist du? Alles gut, ja, alles gut, ich bin oben hier. Ja, komm runter. Sind die beiden direkt hier, oder was? Die sind hier gar nicht, wo sind die? Ne, ne, die sind nach dem Haus, Bro, nach dem Haus. Achso. Da ist einer mit Jetpack schon? Nein, 23, drei, Crack. Reins, was tryt, Reins, was tryt nochmal? Oh mein Gott, das ist one. Hier unten, hier unten, hier unten, boah, ich... Openfield, Openfield. Crack, ein OP. Arbeiten. Oh Gott, hier bei mir sind auch welche vor mir, vor mir, vor mir. Ich bin hier, komm mal, komm mal. Ja, ich komm zu dir. Ah. And that's one. Okay, oh. Nice, nice. Okay, beide Daumen. Oh, das war auch schlecht von mir gewesen. Warte, ich hab full life, ich hab full life, alles gut. Ich hab hier noch einen genockt, ich muss eigentlich kurz hingehen, Bro. Ja, ja, geh hin, geh hin, geh hin. Nicht, dass der hier gerastet wird. Wir haben auch Gummy-Waffen gerade, Leute. Ja, der ist gerastet bei mir. Ein OP, beide down. Geil, let's go. Hier ist noch einer, Bro. Ich komm zu dir. 54. Der ist cracked, der ist cracked, der ist cracked. Okay, warte, ich geh mit Impulse hinterher. Er ist one, er ist one, er ist one. Wieder crack, hab ihn down. Ah, der war große gewesen. Hä? Bronze, Junge. Ey, hier, noch mehr Gegner hier, Bro. Ja, chill, 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 ich komm, ich komm, komm. Komm, ich noch zwei Stück hier in dem Haus. Ich bin nicht komplett full. Warte kurz. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich kann halt nicht hochkommen. Chill kurz, chill kurz. Bro, die sind, die sind die lost. Ich hab auch ein Jetpack jetzt. Ja, easy, easy, easy. Bro, ja, okay, Bro. Wo sind die, wo sind die? Ja, beide down. LoL. Junge, das war wirklich dick und doof. Junge, was machen wir hier mit denen gerade? Also ich sag euch, es wird, glaube ich, ein sehr, sehr schneller Wasch, wenn wir jetzt die Runde nochmal so gewesen sind, wie direkt Platin. Inszen, ja, absolut, absolut. Ich komm, ich hab jetzt noch crack auf. Bro, ich spieg von oben nicht runter. Ich lass dich voll überraschen, Bro. Bleib hier stehen, bleib hier stehen. Warte, warte, warte. Und jetzt. Das ist cracked, cracked. Wer weiß, das geht jetzt, Crack, ja. Haben wir. Nice, stark. Ja, gut, einer haut ab mit dem Auto, ne? Ich geh jetzt auf dem... Ich geh jetzt auf dem... Ich geh jetzt auf dem... Ja, ich geh jetzt auf dem Finish. Abgefinished erstmal. Ich hätt ein Auto, warte mal. Willst du denn selber mit dem Auto? Ja, lass hinterher, lass hinterher, lass hinterher. Lass hinterher. Und los. Junge, easy. So, hast du einfach hier geradeaus durchgefahren, oder? Ja, der ist da links hier den Berg hochgefahren, aber ich denk mal, der wird... Irgendwo links, halt ich mal wieder genau hier hoch. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Okay, der ist irgendwo hier links. Hier, der ist ausgestiegen. Der ist jetzt auf dem Beifahrer. Oh mein Gott. Rein, rein, rein. Schieß Platten. Nice, stark. Oh, der gibt voll Schmutz. Junge. Oder was? Der überschlägt sich auch nicht. Äh, der Auto ist, glaube ich, richtig kaputt. Äh, Platten. So. Einer B. Easy, Junge. Deil, Junge. Gar keine Chance hat er gehabt. Leg dich nicht. Gegen Staddy. Und Safe Knight an, Junge. Jawohl, Allah. Boah, aber den haben wir auch gerade. Den haben wir gerade echt ein bisschen geärgert. Ich glaube, er ist ein bisschen sauer auf uns. Äh, die nächste Gegend, Bro. Hier, wo hier. Ja, das ist gut, ich gehe auf Sachen auf. Hier vorne fährt ein Auto, ja. Okay, easy, easy. Lass direkt hin. Komm mit. Ja, Bro, wir nehmen alle... Bro, jetzt wieder neun Kills. Nee, hier ist keiner. Nee, nee. Ah, hier, bei mir. Kommt das Auto wieder. Die machen Überschlag, die machen Überschlag. Er ist raus, er ist raus. Pass auf, ich bin unten, ich bin unten, Bro. Ja, ich komme ein bisschen zurück. Wir sind im Busch, im Busch, im Busch. Oh, einer hat mir gut damage gedrückt. Wir sind im Bunker, dann habe ich... Ich halte mich ganz kurz. Mach kurz, dann hab ich nichts. Ich schiebe mal rüber, Bro. Und dann fliegen wir gleich hoch und killen die. So, bist du ready? Drei, zwei, eins, go. Einer ist down, einer ist down. Nein, stark. Ja, komm doch, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh mein Gott, ey, der war immer noch im Bunker. Ich dachte, der ist raus. Alles gut, alles gut, Bro. Oh Gott. Drei Teams, drei Teams, drei Teams, Bro. Ja, dann haben wir es mal ab. Hier ist noch ein Team, ja. Oh mein Gott, hier sind so viele. Oh mein Gott, schade, Leute. Oh, da ist das Ding, man ist immer auf einmal im Sandwich. Bro, es waren gerade alle da, ey. Das war so eine gute Runde. Aber ich sage dir ehrlich, ich glaube, es reicht für den Uprank. Wir haben neun Kills gehabt. Ja, okay, aber früh zählen die Kills nicht so viel. Ja. Doch, Bro, das ist es. Ist das krass. Bro, das ist direkt der Uprank. Leute, wir sind direkt Platin 1. Komm, wir machen direkt, wir gehen auch eine Runde rein. Aber ich sage echt, wenn wir jetzt nochmal irgendwie 10 Kills machen und so, Bro, wir sind Platin 2. Das ist ja super einfach gerade abzuranken. Okay, Mr. Platin Skill. Dann würde ich sagen, komm, ab nach Rackers erneut, oder? Ja, schade, Leute. Er hätte besser laufen können, aber Death Knight ist natürlich wieder einfach reingesprintet. Schade. Ich bin in den Bunker reingelaufen. Also eigentlich, sage ich euch ehrlich, ging der Kill hier schon wieder auf Dave Knight seine Kappe. Aber ich würde sagen, komm, jetzt hast du nochmal einen schönen, saftigen Windsetzen. Ey, ich würde jetzt, ich sage dir ehrlich, wenn wir, glaube ich, jetzt nochmal einen Windsetzen und nächster Uprank. Ja, dass wir da hier Mainstage landen. Ey, die haben auch alle einen richtig hohen Drop, ne? Die fliegen richtig schlecht, alle. Okay, warte, ich nehme hier kurz einmal Waffe mit, Leute. Gottchess hier. Perfekt. Oh, ich habe direkt Bunker am Start. Ich habe direkt gut Loot. Ja, ich habe hier auch direkt Bunker. So, nimm hier schön die Biggies mit, Leute. Ich nehme hier auch die Biggies. Wir müssen eigentlich auch direkt wieder rein. Ich sage dir halt auf hart. Ja, wir werden die fighten am besten, ne? Ja, ja, direkt rein hier. Ich habe auch Captain America's Schild direkt. Geil, Mann. Perfekt. Ey, die sind unter uns. Die sind unter uns im Bunker. Ey, lass mal rein, lass mal rein. Ja, aber durch Türen kommen ist ein bisschen schwierig. Ich gehe vor, ich gehe vor. Ja. Oder halt. Hinter uns. Ah, den, ja, okay, der hat mir aufgemacht, okay, okay. Ey, die sind hinter uns, hinter uns oben. Wir können hier rauf gehen, wenn du willst. Die sind hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Oh, bei dir, okay. Ja, ja, oh Gott, ich bin, hau, 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 hau. Ich bin fast auf. Ah, oh, nee, das war's. Ey, der, der ist einer, der ist einer weh. Bro, wir sind da unter. Warte mal. Okay, nice. Bro, also. Ich try to resten. Hier ist ein Glitch unter der Map. Wie, wir sind unter der Map gerade? Komm mal hier rüber, Bro. Schau mal. Deswegen so, Bro, ich wollte hier rauslaufen, ne. Guck mal. Komm, hier. Bro, wir sind einfach unter der Map hier. Deswegen, weißt du, ich war immer. Hey, ich bin down. Hä? Bro, pass auf. Pass auf. Oh mein Gott, weil du unter der Map irgendwie warst. Aber du kannst gleich mal eine Karte holen, Bro. Kann ich da vorgehen? Von außen oder da? Du darfst nur nicht auf diesen dunklen Streifen gehen. Ja, okay, du hast Karte. Oh mein Gott. Okay, okay, easy, easy, easy. Digger, ich war aber andere Dimension gewesen. Aber, Bro, wie kann ich hier hoch? Kann ich da hoch? Nee, nee, nee. Kannst auch nicht. Du musst dich hier abbauen vor dir, ja. Das ist der einzige Weg. Okay, das ist crazy. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich haben die das so gemacht, wenn man hier bestimmte Bereiche berührt, dass man da dann quasi gekillt wird. Hier ist auf jeden Fall noch einer. Ich warte jetzt erst mal hier. Können die mich hier halt sehen auch? Ich weiß das halt nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ihr dich von oben sehen könnt. Oh, und kommt einer? Stark. Oh mein Gott. Voll der Beste. Easy, Leute. Easy. Wo sind noch welche? Okay, ich muss hier warten, Leute. Ich kann nichts anderes machen. Es sind wieder zwei, Leute. Aber guck mal, ich hab einmal Wallhack. Man kann hier durch die Wände gucken. Alles. Guck mal. Oh. Hä? Ich will die jetzt nicht abschießen. Dreamer. Ich glaub, es geht nicht, ne? Nee, nee, ich glaub, es geht nicht. Aber der hat gar keine Ahnung. Er denkt sich auch, was geht hier ab. Das ist noch einer. Das ist crazy. Oh. 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 Hä? 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 Vielleicht jetzt rausgehen, Bro. Also unten abbauen. Also das ist wirklich strange. Das ist egal. Ich fahr aber erstmal weg und hol dich jetzt erstmal. Aber das ist wirklich... Dass das dann einfach unter die Map reinglitscht. Und wenn du zu weit an den Rand gehst, gehst du aber down. Ich bin echt Glück, dass du meine Kader bekommen hast. Weil sonst wäre... Wir haben noch Matt killed. Wir können gleich auch in den Bunker reingehen. Ich wollte gerade sagen, ich check heute Bunker aus. Und da wird schon genug Loot sein. Ja, safe. Klar, den Skill hat der gekarriert. Ey, ist die sogar anlooted? Kann das sein? Ja, ich glaube, die ist anlooted. Ja, alles anlooted. Oh mein Gott. Big, 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 big. Barbar mäßig. Big, Barbar, Buu, Loot. Hier noch Starkiste, Dick am Start. Die haben auch diesen automatischen Geschützturm. Ich hab drei Matt killed. Du brauchst gar nichts mitnehmen, ne? Ah, okay, okay, alright. Wir können kurz noch ein Biggie. Ja, komm da her. Ich hab hier einen Cybertruck. Das ist komisch ohne Sound. Fakt, ehrlich. Da lag er noch eine Dreischusspumke. Ja, sogar eine blaue. Perfekt. Warte, ich komm sofort. Bin gleich da. So, bin unterwegs. Komm rein, Dave, ey. Der Bus fährt. Die Stimme, so. Junge, wie das aussieht. Cybertruck on action. Ey, geil, man, Bro. Wir sind wieder back in business. Nee, nee, ich stepp's, Bro. Ich hab's gesehen. 100, Bro. Der sitzt hier. Ja, ja. Bro, der chillt immer noch irgendwo hier. 100 Prozent, der chillt hier noch. Hier, Ommi, ja, Ommi. Warte, warte, aber ich komm. Ein AB, hab einen. Der ist hoch, der ist hoch. Ja, der ist hier in die Richtung, äh, Richtung... Westen. Fliegen möchte, Bro. Komm, jetzt komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Du hast low life, low life, low life. Komm rein, hier. Ich heil mich kurz. Komm rein, hier, bei mir. Ich heil mich kurz, ja. Bro, ich push dich. Ich geh erstmal kurz weg, warte. Ich spring kurz zum Heal-Automaten. Er hat crack, einer ist crack, einer ist crack. Deine sitzt hier im Haus. Hop, hop, hop. Alles gut. Heal dich erstmal, heal dich erstmal. Einer ist eh crack. Beide crack, beide crack. Ich fahr da gegen die. Beide crack, beide crack. Einer sitzt hier im Baum oben. Hab einen. Nein, stark. Nein, ich hab hier unten am Fluss noch einen gesehen. Ich glaub, das ist ein neues Duo. Ja, äh, auf den Zug, Bro, auf den Zug, auf den Zug. Er ist rechts, ich crack. Er ist rechts, ich crack. Hit, er ist crack. Ich push, ich push. Ja, ich hab leider keinen Stepback, nein. Ja, alles gut, alles gut. Aber ich, ich komm. Rechts, crack. Ab ihn. Stark. Nice. Easy, easy, easy. Hier close ist einer, hier vorne. Aber das ist ein Solo, ja. Ich bin, äh, warte, ich kann kurz schissen. Der will hier für die Karte geben, Bro. Oh, ist hier die Karte. Ja, lass pushen, lass pushen, lass pushen. Hier, nimm das Jetpack von ihm. Der eine hat Jetpack, Bro. Echt? Warte, ich... Ich glaube ja, ich glaube ja. Nee, das war wieder nur dieses... Hier ist einer, hier ist einer mit Jetpack vor mir. Komm. Die hatten alle nur das Geschützchen gehabt. Der haut da ab, der haut da ab. Ja, okay, ich komm zu dir. Der mit Jetpack haut rechts ab, Bro. Rechts ab, hier. Der ist hier, Bush, Bro. Hit. Hit. Ist down, ist down, ist down, ist down. Nice, let's go. Stark, Mann. Der hat aber Jetpack, Bro. Ja. Ja, der hat er gehabt. Das Auto ist sehr low von denen. Ja, da kommen noch welche, da kommen noch andere. So zwei, die rammen sich. Oh, das ist rechts auch. Sehr gut. Auf dem kaputt. Hit, crack, er ist crack. Hit. Er ist one, er ist one, er ist one. Der eine ist one. Er wird mitgenommen vom Auto. Oh, doch, einer B. Ja, ist down. Down deine. Crack, einer B. Easy, Junge. Geil, Junge. Da rechts oben sind welche noch. Da ist eine Barbar-Round hier. Lol, warte mal, das ist ein... Hit, 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 hit. Bro, ist das ein Stream-Styper, Digga? Das ist ein Super-Skin? Hä? Bro, das spielt genau meine Main-Skin, ne? Bro, hier ist er, hier ist er. Hit. Ja, Chopper ist gleich leer. Ist ein Busch. Hier ein Busch. Ah ja, schon leer. Einer B. Die sieben. Ich glaube, Real-Talk, ne? Das waren Leute aus meiner Community. Hit, hit. Einer ist cracked, er ist cracked. Und es ist one, und es ist one, und es ist one. Dexter ist down hier, der eine. Leider doppelt 50, Bro. Doppelt 50. Ich muss noch da, Leute. Ich push ihn, push ihn, push ihn, push ihn. Push ihn. Down. Easy, Junge. Beiseite. Weg mit euch. Der hat ja immer Frost wieder. Geil, Alter. Wir haben 13 Kills wieder, ne? Junge, was machen wir gerade mit denen? Ey, wir rasieren erneut die gesamte Lobby. Da sind die Nächsten. Es ist nur einer, Bro. Es ist nur einer, es ist nur einer, ja. Oh, oh, oh. Direkt hinterher. Junge, Scan-Medaille ist also so op. Bro, und ich glaube, der ist fast die ganze Zeit gescannt, ne? Ja, der ist super lange gescannt. Der ist in der Tankstelle? In der Tankstelle? Hit. Stark, stark, stark. Der ist in der Tankstelle. Ist der denn da, Bro, bei mir? Gar keine Chance. Junge, mythische sogar. Mythische Schrotflinte. Hier, Bro, ich hinde mal aus, hier hinde mal aus, hier hinde mal aus. Es ist einer. Ja, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Der in Puls weg. Sees, der ist unten hit. Er ist one, er ist cracked auf jeden Fall. Da im Bunker sind wir, hier sind noch zwei im Bunker. Da oben, pass auf, pass auf, da oben ist zwei im Bunker. Ja, ich hab die ganz gut angedamaged. Oh, ja, 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 Bro, ich hab die gut angedamaged. Ja, lass pushen, lass pushen. Warte, ich kling. Okay, ja. Hab einen, hab einen, hab einen. Nice, stark. Ich glaube, der Mate ist doch oben im Bunker hier drinnen. Oder? Ich glaube, ja. 60? Er ist one, er ist one, er ist one. Ich zieh runter. Ja, down. Ja, easy. Okay, geil. Noch ein Duo und ein Solo. Hier vor uns im Haus, vor uns im Haus, das Duo. Ja, warte, ich bin ganz drauf. Wir sehen unter uns. Warte, ich... Ich bin oben auf dem Berg. Schießt du auf, schießt du auf. Ja, genau, genau. Stop, 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 stop. Ich seh die, ja, ja. Schieß da rein, schieß da rein. Einer ist, einer ist, einer ist one, Bro. Ich schau ab, ich schau ab. Einer ist one, einer ist one, einer ist one. Einer ist one, der ist down, der ist down. Der ist zu dran. Der eine kommt da. Fehl, fehl. Ich hintere es noch an einem Bro. Lass erst mal den hier holen, der markiert ist. Ja, der ist... Das war's, das war der letzte. Das ist der letzte. Und wie ist noch einer? Bro. Ja, das kannst du vergessen, Leute. Bro, also Leute, wir sind... Das kannst du komplett vergessen. Was machen wir hier? Die Unreal-Dominatoren. Also, ich... Keine Ahnung, wie viel sie gerade hatten, aber da hat ja gar keiner eine Chance gehabt. Also, wir sind ja durchgerusht, ohne Spaß. Also, ich würde sagen, 100%iger Ubrank erneut. Ja, es muss Ubrank sein, muss Ubrank sein. Also, 90 Kills und wieder Ubrank. Juhl, Freunde, also das wird ein sehr, sehr schneller Run zu Unreal. So, Freunde, wir beenden das Ganze hier mit Platin 2. Lass unbedingt Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, checkt Stani aus, Leute. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Rank-Folge, wo es dann heißt, ab zu Diamond.